Flieg mal das Flussbett hier entlang Gemelderte Positionen müssen jetzt auf 3 Uhr sein Also da irgendwo in der Region Da müssen die rumgammeln Ich meine die vorhin nie irgendwo gesehen zu haben Unter uns wäre auf jeden Fall eine Lichtung, wo wir Jetzt kommen wir wieder an die Stelle, wo wir gerade beschossen wurden Ich bin gerade einer nach dem anderen Guck mal, wie geht es noch erreicht? Oh, höher, höher, schneller Wir kriegen hier Feind erkannt, Feind erkannt Direkt unter dem Gebäude unter uns So, Feind definitiv Scheiße, ich habe keine Karte Verdammt Also akustisch würde ich sagen Oh, warte, warte, warte Ja Direkt unter uns Bei der Lichtung, bei der Lichtung Da, wo dieses Gebäude ist Da ist der Feind Am besten könntest du da einmal einen Angriff fliegen Dass du da einmal rein haust Direkt Ich habe einen Angriff erstmal nur mit Ja Ja, aber ich habe Das ist das Gebäude Genau, genau, genau Die sind, ich weiß nicht, ob in dem Gebäude oder kurz dahinter oder davor Ich habe schon gesehen, jetzt ist mein Ende da Die Richtung hat gestimmt, aber du musst fast ein bisschen weiter hinten In den Wald rein oder was? Ja, weiter in den Wald rein Die Schüsse kamen von weitem hin Ah ja gut, dann sind die nicht im, da sind die nicht, sondern sind die im Wald, ja okay Dann würde ich immer Flug, also das Kreisen immer im Uhrzeigersinn empfehlen Weil dann muss ich nicht die Seiten ständig wechseln Okay Okay, hier draußen sind drei bis acht Grad Aha Selbst der war in Vietnam tropisch Weißt, es gibt einen einzigen, der sich richtig an uns rauern näher, dass es hier fehlt Ja, Linker, Linker, Platz ist frei, ich rinke mir den Zinke, herbei Ja, richtig Los, an, bio Okay, können starten Achso Glaubt ja Welcher Spicker hat eigentlich die beschissene Rationierung der Lollis für uns mitgemacht? Wie, schon alle weg? Ja, alle gehen eindeutig zu wegen der Lollis Ja, hier, ich stand hier unten im Reißfeld Ich stand hier im Reißfeld, alles gut Alles klar Das ist kein Reiß Voll raus, 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 raus Alle raus Alle raus Können durchstarten, genau Alter, der Scheiß wird hier durch das Gewitter, ne? Ja Ja, der Regen generell ist schwierig Da haben wir ja schon Probleme mit dem Rauch Wie ist unser Rufname? Hotel Hotel Und die sind? Alpha Alpha Okay, die sind jetzt, die gehen jetzt zur Brücke So, ich geh mal ein kleines Stück zurück Ja So, ob du die andere Seite der Brücke schauen kannst Na, Brücke ist frei Also außer Zivilisten, die da sind Vielleicht ist noch mal ein Stück, wo auch? Ah, so ist gut, so ist gut, so ist gut Ah, ich seh da unten das Rudelbumsen Ich hab mal ein paar Fotos gemacht Eine Granate, alle tot Hotel hört, kommen Höhe um zäcker 100 Meter So, verstanden Höhen um 100 Meter 100 Meter Höhe Ja, wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich Ja, Rudelbumsen Von hier aus können wir jetzt Keine Deckung geben Ja, eben Das ist mir gar nichts Wo auch sein Nee, nee, nicht wegen der Höhe Das ist einfach Weil jetzt Weil jetzt der Weg praktisch Ja, je höher du bist Du kannst schon auch Wirken Naja, stimmt Das war ja der Grund, warum es so tief Über der Enderbäume war Vietnam ist immer schwierig Äh Alfa Jotel, kommen Wir kriegen gerade Feindfeuer rein Richtung noch unklar, kommen Ja, Feindfeuer ist von unserer Position aus 130, kommen So, verstanden 130 Feindfeuer rechts Rechts im Wald Ja Rechts, 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 rechts Ich wollte ja keinen Ausstattfücher da rechts hieß Ja Ich darf mal dran im Wald Ich rufe dabei in den Wald Passer also Da? Äh, warte Ich habe die Feuer Ich habe immer mal den Wald Ich bin wieder da Feuerkampf Brücken sind übelst Ja, morgens sind wir in den Baustell wieder Ja, alles klar Feuerkampf 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 Liefer halten Nein, Mann Ja Warte mal Ich guck mal, ob ich Ah Ja Okay, ich habe die Leuchtspur gesehen Wo soll ich mal Die Wien aus dem Feindfeuer kommen Und wenn die Schaffung kommen Wo ist der Wien? Ähm Umfliege mal das Dorf Dass ich in die Lichtung rein Rundereingucken kann Keine Aufnahme Ja, ich habe auch Wo ist der Wien aus dem Feindfeuer? Äh, hier Haus Willkommen Angemelden das Gebieten mit Feindfeuer Kennst du das Willkommen Ja, hier Haus Willkommen Verstanden Warte, wie viel Schuss hast du noch? Bei der Rest nicht war ich ein paar Mehr von der Munition Ja, Hälfte habe ich Also kannst Also kannst jetzt ruhig Das war da, wo ich angegeben habe Hinter dem Reifen Ja, genau, genau, genau So, da ist die Brücke von Banan Okay, warte Und jetzt Ja, warte, ich habe noch 13 Schuss Dann mache ich das Magazin eben leer So, jetzt lade nach Ja, wir haben auch da getroffen Wo der rote Rauch jetzt gerade war Die haben gerade nochmal Eine Markierung rausgeworfen Äh, ich frage nach Ob die noch einen Anlauf Ich bin leer Aber ob die vielleicht So, im MG Angriff ist schon durchgeführt Angriff ist schon durchgeführt Angriff durchgeführt Wir werden weiter auch kommen Oder Ost nach West Geht auch Weil ich weiß immer noch nicht ganz genau Wo das Feuer herkommt Äh, in In Unge- 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 Wir hatten jetzt nämlich gerade Ein bisschen Äh, am Feuer Aber ich Weiß gerade nicht Auf der Nord-Ost-Seite des Beilrandes Ein bisschen Abstand Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Abklären Wir befinden uns Aktuell Noch südlich Der Freifläche Von Aufloch Wind Sind also Aushalb des Gefährdungsbereiches Kommt Zuverstanden Angriffe Abklären Alter Was für ne Kurve Schön Alles cool Selbst beim Zugucken Kriege ich's grad im Magen Ich bin zwar noch hartlos, ey Komm Du bist noch besser Schlimmeres gewohnt Wenn ich wieder im Little Blood zu sitze Ja, das stimmt Allerdings Da, weil ich die Kurve fliege ist All Little Blood ist ein Pilesgerät Wartung Ich fliege jetzt über Battlefront L.A. an Ja 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 Jawohl Genau, jetzt Okay, Blackout 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 Alpha für Hotel Antloop Von West nach Ost Äh Nordrhein ist Wallis Äh, wunderschab Nein Auf jeden Fall Gegenfeuer gekriegt Äh Übermäßig Komm Das Das sind nicht viele Das sind vielleicht ein oder zwei Leute Schätze ich Äh Ja Hab ich gehört Ich hab Funkgerät ja auch dabei Nach links kurven und dann gehe ich die rechts kurven Achtung links Jawohl Ohne witz ich kriege hier ständig Blackouts So, da ist Nord Da darf ich nicht hinfeuern Ich muss vorher erstmal halten Scheint wohl was gebracht zu haben, was? Na, ich denke mal Ich meine, gut Wir haben jetzt auch im Endeffekt alles außer dem Ah, ne Warte Warte Ich bin wieder wach Ich bin wieder wach Ich weiß von wo er geschossen hat Ich muss mich aber erst verarzten Ich bin aber wieder wach Äh Wir schauen, dass wir ihn zusammen mit Blick kommen Momentan nur Äh Begrenztes Feuerunterstützung möglich Hopp Richtung Ich müsste Also Moment, Nord ist die Richtung von wo die kommen, ne? Also unsere Ich komme aus Äh Ja, so verstanden Das melde aber so, dass sich die Situation ändert Glauben Äh Monzi, ich schau das Komm noch mal ein bisschen runter, genau Genau Da muss Im Osten Habe ich, äh Einen Unterstand gesehen Und dann hat mich die Kugel getroffen Warte mal, ich ähm Kannst du auf die Karte gucken? Ich hab dich mal bandagiert, Monty Ich schaub ich mir jetzt, ähm Im Osten, ja Da Da habe ich einen Unterstand gesehen Und dann bin ich ohnmächtig geworden Also praktisch Warte Ich leite dich mal ganz kurz mit Feuer Da Ja Vielleicht mal ne Raketensalbe oder so reinhauen Ähm Ja, Monty, ich schau das Äh Achso, ja, genau Ich Ich lebe dann, ähm Ich, äh 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 Einfach zur Info, wenn ihr die Freifläche habt Ostkante nach Süd runtergehen Ich, äh 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 Einfach auf das Alfa für Haufshell infah Verstanden Ja, genau, und direkt Da 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 wo ich jetzt, genau Ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz, wenn du da weggehst. Da ist der Unterstand. Ja. Eins auf. Durchstarten, ich muss nachladen. Ja, hast ihn, hast ihn, hast ihn. Ah, Sichtkontakt, Infanterie. Ganz kurz rechts von uns. Ne, vor uns jetzt. 30 Meter. 50. 20 Meter. 10 Meter. Also ich will hier auf den Grünstreifen, wir fahren in den Krater rein. 5 Meter. Okay. Touchdown. Also ich bleib drin, hast du gesagt, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja. Alles klar. Ja, soll ich hier stehen lassen oder so? Ja, ja. Einfach nur raus und sofort wieder weg. Ach, scheiße. Sorry, ich habe jetzt, glaube ich, versehentlich Rauch geworfen. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Sorry. Ja, hab ich. Ja, hab ich. Okay, ich weiß von wo. Ich weiß von wo. Ich weiß von wo. Kyle, links drehen. Links drehen. Links drehen. Okay. Alles klar. Ja. Ja. Das Feuer kommt aus, äh, Osten. Okay. Ich habe, ich feuer. Äh, Richtung 228. Ja, ich schieße direkt aufs, äh, auf die Leuchtspur. Ja, ich schieße direkt aufs, äh, auf die Leuchtspur. Ja, ich schieße direkt aufs, äh, auf die Leuchtspur. Ja, ich schieße. Achso, ist West, achso. Ja, okay. Wenn wir jetzt zum eigenen sind. Dann spiel da aufs, der Gegenrichtungsfeuer. Ja. Jo, ich sag mal so, dass wir Westkante... Feindkontakte an der Westkante im Wald. Alfa für Hotel. Feindkontakte an der Westkante des Waldes. Für euch vielleicht verdeckt durch den, äh, einen Händen. Die nehmen sie schon unter Feuer. Die schießen auf die. Also unsere schießen auf die. Sicht aufs eigene. Ich bin da rauf. Rechts unterhalten. Jaaa So also der Feind kommt aus diesen beiden Zungen Also siehst du auf der Karte einmal die Zunge im Süden und einmal die Zunge in nie ohne Seife waschen im Westen Aus diesen beiden Zungen kommt Feind Ja genau Ja ich weiß wo unsere sind, ich weiß wo unsere sind, alles gut Ich schieß auch nur nach Süd oder nach nie ohne Seife waschen Ne genau Also ich musste es leider auch zu oft machen Echt? Ja Aber ich muss auch dann und dann überlegen Ich muss auch dann und dann überlegen Wo jetzt rechts oder links ist Das habe ich nicht Aber wie gesagt nie ohne Seife waschen Das muss ich immer Vor allen Dingen früher wo ich viel geführt habe Ja ok greifen sie an in Nie ohne Seife waschen Äh wessen? Ich kann es mir einfach nicht merken Da kann ich zum Beispiel besser mir merken Steuerbord und Backbord Steuerr ist rechts Und das habe ich auch nie richtig Und das habe ich auch nie richtig Aber der Bord aus rechts Backbord mit links Das ist Backbord links Genau Und deswegen dieses Steuerr Bord So hat man mir das damals so beigebracht Und das Dass du mir die Eselsbrücke gibst Bitte vor der Roll 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 Nochmal Achja stimmt da fahren wir ja mit Booten Ja und ich bin Kapitän zur See Achso Ja bis jetzt sind nur 8 Anmeldungen Vielleicht äh wie gesagt Es steigt erst ab 12 Ja aber da wird noch was kommen Ja das ist ja noch einen Monat hin fast Ja und das ist in Hammer World drin Ja komm Ja da komm Da wird nix kommen Also ich hab Ich hab GB Kings mit Game Twitter eingeladen Aber Naja Granny und ich sind nicht gut auseinander gegangen Da hätt ihr immer noch Ja Aber ja gut mein Gott Ist so Und dann habe ich ja Als du zu uns gekommen bist Habe ich ja einmal mit dem mitgespielt Und ich weiß nicht ob du das noch weißt Sinus ist ja auch Der ist ja nur am meckern Und Ja genau Ja genau Und da habe ich bei einer Mission mitgespielt Und ähm Da war es so Also ich hatte nicht die Info Dass das das äh Also da waren irgendwelche Rebellen die für uns waren So ich habe versehentlich einen erschossen Weil der sah für mich aus wie ein Taliban Ne habe ich erschossen Und äh dann kriegte ich von Sinus den Befehl Ja Feuer halt Ab jetzt auf nichts mehr schießen So wir gehen in den Dorf Zack Ich werde direkt erschossen Dann habe ich einen Ragequid gemacht Ich hatte keinen Bock mehr Weißt du das war wie so eine typische Sinus Aktion Naja und da war ich dann halt Und seitdem darf ich dann nicht Also ich habe dann auch direkt meinen Foren Account gelöscht Weil ich dachte das hat jetzt eh keinen Sinn mehr Ja 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 Also ich denke es ist bekämpft Wir drehen jetzt die dritte Runde und es kam nichts mehr Ja Ja aber Ja wie gesagt unsere Infanterie hat er ja auch ganz gut reing Ja klar ich meine es müssen Von Alpha komm Hier Hotel komm Hier Hotel komm Oh 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 Fliege 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 Ja Okay da ist ein ganzes Ein ganzes Squad Oh oh wir müssen zurück Ja 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 Also das Feuer kam rechtseitig vom Dorf äh, verarztest du mich? äh, ich bin gerade Cain haben zugemacht okay, ja gut, dann äh, Cain ist Cain? Cain? ja, Cain ist wie gesagt, also das Feuer kam rechtzeitig okay, äh, ich müsste eigentlich, eigentlich, oh, kein Funk mehr? ja, ja, macht ihr mal, ich, ich funke äh, Alfa hier rüttel, kommen ja, ne, brauchst du nicht 3, ja oh, Penner, Lade als Beste wäre, äh, eventuell, also, eigentlich könntest du das Dorf einmal bombardieren du würdest dich riskieren, ja? ne ne soll ich denen entgegen laufen oder soll ich warten alles klar ja ich sehe diese sind auf dem weg wirken könnte jenig schnitzel gibt durch dass wir da sind ja ich höre das also krank hier die wissen was ok die haben wir angehalten auf die tourbinen bleiben wenn ich jetzt raus steige nee warte ich mach was war das denn ich hab die tourbine am laufen positiv ich hab mal gar nicht bitte wiederholen ist der abgesesene mann funksch mach noch einmal konnte den funkspruch nicht aufnehmen der teil soll einmal cpr machen der soll helfen kommen ok kai renn nach vorne pilo sanitäter kommt in ihre richtung alles klar wir kommen ihnen entgegen ok kai die sind gleich bei dir 100 meter ja das sagt doch mal einer das war keine spannende mission alter vater ja aber das war eh letztes mal das ist halt vietnam wenn du einmal fall wenn die dich umlaufen oder es sind dich umsonst 50.000 amerikaner da gestorben ja wir warten ein patient rohr braucht definitiv blut und auch brücken wir in den heli wir haben rauch zum einnebel rausgeschmissen ja monty ist sonst wenn äh ja ne kann ich dich da machen ja sie kommen sie kommen sie kommen warte du kannst links an uns vorbeischießen wenn du was siehst ja positiv du meinst rechts achso ja ok links ja 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 feind beeilte euch beeilte euch ja nur再生 ja wer wer ist da der ich halte mich bereit ich hänge mich nicht gleich mal dran ja die 1T, Sperrfeuer nach Kurs Rein, rein, rein Ja, ich... Wer kommt denn? Alle drin? Ja, das ist kein Feuer Keine Ahnung, zwei Kontrolle Halt, Halt, Licht, die liegt draußen Licht, die liegt rechts, draußen Ja, 70 150 Schuss So, Kess ist drin Kess ist auch drin Leid Wir müssen los Wir müssen los Ja, ab Ja, jetzt bist du fast und bist dran Okay, und die Feuerhals Muss eh laden Das waren jetzt 500 Schuss Alles gut So, das sind ja schon vier Oh ja, da kommt, äh, Gegenfeuer Ja Oh ja, da kommt, äh, Gegenfeuer Wir klären jetzt einmal, äh, die andere Seite mit dem MG ab Dann wiegt man, äh, wiegt man, äh, höher und steil Und wir jagen aber auch, äh, äh, mit dem Öl dann ab Und dann mal die Zugrückfahrt weiter zu stärken Okay Ach, okay Ach, wir haben die Hydras nicht mehr nachgeladen, ja, super Doch, wir haben jetzt die, ja, voll Achso, ah, okay Wir haben seit dem letzten Nachladen, ähm, keine gebraucht Achso Ach, ich dachte vorhin, als wir diese, diese Bombenstelle da, also diese Mörserstelle Ja, so, äh, jetzt ist es drin Oh ja, kommt Feier rein Ja, 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 ja Also am besten wäre, glaube ich, wenn wir wirklich mal von Ost nach, äh, also von... Mach mal jetzt auch Achso, okay Wollen wir von Alpha kommen? Sollen wir machen noch... Hier Hothel kommen? Mal die Feindperson zum Dorf kommen? Ja Ja, definitiv Hier Hothel, fein vorhanden, fliegen... Äh, Angriff aufs Dorf von... Ost nach West Komm Ja, so verschont Okay, du kannst melden, dass sie sich in den Häusern verschanzt haben Da sind gleich keine Häuser mehr Ja, doch, die Raketen sind ein bisschen sehr weit hinten eingeschlagen Ja, da waren aber nicht so weit, ich hab's gekriegt Ah, okay, ja, gut, ich hab nur die hinteren gesehen Ja Wache zu allen Anflug Von West Jo, Ost Aus Dorf, dann nochmal die Höhe aufs Dorf Jo Also geil wäre, wenn du mich nachher in der Position bringst So 200 Meter Höhe, wo ich dann einfach mal das Dorf ein bisschen, äh... Demokratisieren kann Okay, wir überfliegen jetzt... Nein, nein, warte, stopp, 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 nein Ja, das war sehr dicht an unseren eigenen jetzt Ja, das war sehr dicht an unseren eigenen jetzt Äh, hier... Schön wär jetzt ein Blackhawk mit ner Minigun Schön wär jetzt ein Blackhawk mit ner Minigun Ha, 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 ha Bäm, jawoll 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 Ich bin jetzt ein bisschen mal, äh, in der Reiter Jo Äh, Alpha für Hotel Angriff beendet Wir bleiben mal auf Bereutschaft Bereutschaft? Äh, auf Höhe der Lichtung Kommen Oh, da ist es wieder ein Aufbeugel, da ist eben drauf Oh ja! Irgendwas haben wir getroffen Wiederholung kommt Ja, mach mal ne Rechtsdrehung Mach mal ne Rechtsdrehung, mach mal ne Rechtsdrehung, ja, mach mal ne Rechtsdrehung Ja, mach mal ne Rechtsdrehung Dann kann ich mal gucken, ob ich was sehe Ja, war auch noch verstanden Dann kann ich mal gucken, ob ich was sehe Ja, die haben wir erwischt Ja, die haben wir erwischt Es kommt jetzt auch zur... Kannst du tiefer gehen, bisschen langsamer fliegen? Zu Lund müssen wir halt gleich links rumfliegen, weil ich ja auf der anderen Seite noch 1.500 Schuss hab Ja, das war auch kein Problem Gut, auf jeden Fall kommt jetzt kein Feuer mehr rein Vielleicht haben wir irgendwas getroffen Ah, doch Sichtkontakt, Sichtkontakt Nein, vielleicht ist die halt... Die halt... Die halt nach Feuer Sorry, ich hör grad nix Oh, die treffen mich hier schon wieder, so ne Scheiße Ja, mach die schon Die sind in der kleinen Hütte, sind die Ja, ne, da war... Mist, da war die Die... Die... Die andere... Äh... Wo ist denn da noch eine? Ja, die steht rechts von der... Ja, ne, ja, ne, andere Seite auf dem Dorf im Endeffekt Da! Oh, muss laden Ne, muss laden Die ist jetzt hier rechts, wo ist die kleine Hütte? Genau rechts hier über der kleine Hütte Ach, hier! Die da! Genau, die da! Jetzt haben wir auch die richtige Geschwindigkeit Okay, jetzt kommt definitiv kein Gegenfeuer mehr Ich schau, ob ich schnell das Interface komplett weg konfigurieren kann Okay, äh... Oh, ja, da muss ich mal... Ja, genau, genau Mach mal... Genau, ja, 3 kmh ist gut Weil die gehen mit 5 kmh, glaube ich Ja, super, wir sind genau auf der Geschwindigkeit, die die haben Äh... Melk nochmal... Jo, 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 melk nochmal 4 feindliche Infanteristen ungefähr 50 m vor die Auf die Alpha für Rotel 4 feindliche Infanteristen ungefähr 50 m vor ihrer Position Komm! Komm mal rein! Was? Okay, holz rein! Ja, äh... Ja, warte... Ja, ich... Ich seh... Ich seh den Feind, ja! Alles gut! Oh, das sind... Oh! Das ist mindestens noch ein Squad! Lade! 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 Äh... Keil gibt das, wie wir stehen Ähm... Schnitzel! Schnitzel! 20 m vor den Feind! Äh... Alpha für Hotel! Achtung! 20 m vor den Feind! 20 m vor den Feind! Und die Seitenwechsel? Äh... Ja! Wechsel! Grüße! 웠! e wenn doch